So also jetzt sage ich auch mal hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Der Herr der Ringe, Die Gefährten Und wir fangen auch gleich mal an Ihr habt gerade das 6-minütige Intro gesehen Und hier sieht man sogar schon Der Spiel Ich will jetzt einfach mal ein bisschen rumlaufen Und zwar auf Kusen Quest Wir müssen erstmal mal gucken was wir machen müssen Such die Besitzurkunde von Beutelsend Verkauf Beutelsendern Lobeliger Sag kein Beutel und bringt den Schlüssel nach Beutelsend Bringt den Schlüssel nach Beutelsend Da liegt doch was Schlüssel von Beutelsend Ich hab's eigentlich gar nicht so richtig gespielt Ich hab's gestern mal kurz gespielt, nur eine halbe Stunde Und so Da weiß ich gerade noch wo die Sachen sind Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht Also hier Steine werfen kann man auf jeden Fall Was ich richtig cool finde bei dem Spiel Die Brei noch richtig realistisch eigentlich ab Den Stock hast du auch Also hat man auch Und die Steine bleiben einfach mal liegen Verkauf Beutelsend Ja sonst gibt's hier ja nix aber Die Welt ist hier eigentlich schon mal richtig schön Also man sieht erst mal das Haus hier Das ist von Stein Dafür dass es von 2002 ist glaube ich ja 2002 ist Ist auf jeden Fall schon richtig gut finde ich Mein Lieblingsspäße immerhin noch Ich hoffe ich eins Das kann eh niemand toppen Aber egal Bereit für die Reise nach Buckland Bereit Sobald ich Beutelsend versorgt habe Lobelia Sackheim Beutelink auf das Anwesen Du musst den Beutelsend nie wieder geben Ich würde die Sackheim Beutelins gern dort raus jäten Wenn du verstehst was ich meine Nein ich muss den Garten noch einmal jäten Mich von ihm verabschieden Ihn wegen Ehe Loto und Lobelia ihn ruinieren Dank dir hat Beutelsend den schönsten Garten im ganzen Auenland Oh nein Sicher gibt es viele schönere Oh Mary und Pippin möchten sich im grünen Drachen mit dir treffen Ein weiter Weg nur um etwas zu trinken Ich frage mich was sie im Schild ist Verzeihung aber im grünen Drachen wird wenig Schabernack geblieben Der Wirt duldet es nicht Wir werden ja sehen So Dann müssen wir da jetzt mal hin Lass mal gucken Also Verkauf Beutelsend an Lobelia Sackheim Beutelin Was wir jetzt auch gleich machen Da habe ich jetzt mal ewig gesucht Ich habe keine Ahnung wo das jetzt ist wieder Ich glaube noch da Was bist du denn für einer? Hallo Hallo Frodo Oh Oh Und es gibt so Pilze Komm Komm Meine Franzosen Das sind Franzosen Wo gibt es die Pilze Ich kann aber einsammeln Bruder kann Pilze essen um seine Gesundheit aufzufrischen St St Sie sieht etwas freundlicher aus als Pizzer Mhm Stolz 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 Ich glaube schon mal wissen wir sie hier gibt es ein paar Pilze Ich Gerne einsam Da ist zum Beispiel noch ein Pilz oder ist ein Pilz Nein So Da auch noch Und die Musik ist auch wieder um Nicht normale Musik weil ein Thema und so das ist er und das ist ein Vogel und schießt da durch na egal normalerweise breiten die doch ab hier anscheinend nicht ja die Breiten eigentlich überlappen was eigentlich ganz cool ist also immer aufs Gleiche Missionsziele noch die Karte ein Spiel dauert auch gar nicht mehr so lange zum Netzblenden aber das ist erstmal wurscht auf jeden Fall hier sind wieder rechts und links so schwarze Bänder äh Ränder Hallo Cap, ich wollte auch wiedersehen sagen ehe ich bin beschäftigt für mich stehst du nur so herum wenn du was von Mühlen verstehen würdest wüsstest du, dass ich einen wichtigen Bolzensuch suche, der aus dem Mührad gefallen sein muss funktioniert die Mühle deshalb nicht? ach, lass dir deswegen keine grauen Haare wachsen der Blattkort nach Fregeschicht Ersatz holen ich sag's dir, wenn ich ihn finde wie sieht er denn aus? wenn ich ihn nicht finde, dann du schon gar nicht aber er sieht wie ein ganz normaler Metallbolzen aus guten Tag ok ich möchte einen Filz noch haben such den fehlenden Metallbolzen wollen wir das machen? ich weiß ja gar nicht wo der ist na, lassen wir erstmal wir müssen eh nochmal hier zurückkommen, glaub ich so schlicht liegt der hier irgendwo fehlt auch doch nicht rüberspringen kann ich leider nicht 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 blöd so aber wir gehen erstmal nach da die Brücke nach Wasser den selben Weg hat Bivo eingeschlagen als es sein Abenteuer vor langer Zeit begann ja im gleichen Weg schlagen wir auch ein auch im Land Wasserau so noch ein Pilz das ist was das ist nix ich will es gerne mal kämpfen so da sind noch Pilze und dann ich will jemals wieder ein Frühlingsfest und diesen Maibaum sehen weiß ich nicht so Steine gegenwerfen ich glaub dann läutet's wollen wir sie mit dieser hier reden hallo Lobelia wo ist der Landbüttel wo ist dieser Faulpelz Robin Kleinfurcht weiß nicht nun zu Beutelsend ja jetzt auf damit es sind Wölfe im Auenland ganz bestimmt sorgt der Landbüttel für Sicherheit wie könnte er er weiß noch nichts von den Wölfen wie Frodo hol den Landbüttel Leute die Warnglocke wenn er in Wasserau ist wird er gelaufen kommen dann trödel nicht herum Leute die Warnglocke dann wollten wir halt die Warnglocke dann kommen wir vom Stein dagegen wollen wir doch was machen na dann hauen wir halt dagegen ja jetzt so ich hab die Warnglocke gelacht was geht hier vor ich dulde kein unnützes Leuten ich hab gelacht Lobelia lässt wissen dass Wölfe im Auenland sind oh ist das alles ich kenne das Gerücht aber niemand hat diese Wölfe gesehen nicht mal Lobelia oh wenn Wölfe ins Auenland kommen jagen die Grenzer sie weg genau wie Füchse und dergleichen schön dass das Auenland sicher ist ist das alles im grünen Drachen wartet ein Bierchen auf mich wo ist echt der grüne Drachen im grünen Drachen also das hier doch das ist grünen Drachen oder ne zum Efei Busch falscher Plus wo der Drache ist ich rede erstmal mit Lobelia oder wie die heißt gut guten Tag oha endlich ist jemand aufgewacht und hat die Glocke geläutet jetzt wird das Auenland wieder sicher hoffentlich also worüber wolltest du mit mir sprechen fass dich kurz ich habe eine Menge Arbeit es geht um Beutelsend du wolltest es doch kaufen was aber ich dachte du lügst artistiger Bursche ich glaube dir erst wenn ich die Besitzurkunde habe hast du sie dabei die Besitzurkunde von Beutelsend oh ich kann es kaum glauben die Besitzurkunde von Beutelsend ich muss noch ein paar Sachen holen der Schlüssel von Beutelsend ist bei Meister Gamchi im Beutelhaltenweg 3 was Gamchi dieser dreckige Bauer und sein Sohn könnten Beutelsend in der Nacht ausplündern guten Tag Lobelia ja dir auch einen guten Tag mein kleiner Loto wird sich freuen Beutelsend endlich oh warum lässt du dich nur mit seinesgleichen ein Frodo Bauern, Zwerge und Zauberer als Freunde aber deine Verwandten hast du nicht mal zum Tee eingeladen also wirklich naja schlag dich gleich mal ein bisschen geht aber leider nicht hol den einen Ring aus Beutelsend ein Ring und vielleicht werden die 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 schön auf den Kopf getroffen der Stock auch irgendwann weg, der geht gleich weg, oder? Oder etwa nicht wahrscheinlich bei den Stein, der ist da weg und jetzt geht es auch weiter, wieder nach zum Beutelsend, weil da brauchen wir ja